Ich wollte mal vorbeischauen bei... Oh, Entschuldigung, ich habe gequetscht. Barcafé. Sehr gut, danke. Yummy, yummy, dann gehen wir mal. Düsseldorf ist schon vorbei, oder? Bin ich zu spät? Ach, etwas. Ich weiß. Aber es gab um Starlink so viel Wirbel, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und ich musste Hochzeiten fotografieren und bearbeiten und, und, und. Ja, und außerdem war unheimlich viel los auf der Messe. 750 Herstellern. Ich hatte nur viereinhalb Tage dort, also auf der Messe. Insgesamt am Stellplatz sechs, sieben Tage. Es werden also noch ein paar Videos folgen, denn ich will euch nicht vorenthalten, was ich noch an Restclips habe und was ich vom Salon in diesem Jahr halte. Ein paar Sachen erzähle ich euch aber gleich noch. Ja, und andere Kollegen sind auch spät dran mit ihrem Fazit. Also, hört einfach zu und herzlich willkommen zu diesem Video. Hallo, ich bin Frank aus München und fahre einen großen Bürstner. Ja, erst mal fetten, fetten Dank, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Die paar Videos von der Messe, das ging um die Chinesen, dann waren das vier Rundgänge, mein Auskotzvideo über diesen Allrad-Look-Trend oder wie auch immer, und ein paar andere, die haben fast 70.000 Klicks erzielt. Das sind richtig gute Zahlen. Das bedeutet auch, ein paar schöne Einnahmen. Vielen Dank und vielen Dank auch fürs Werbungsschauen. Das weiß ich wirklich zu schätzen, seit ich nämlich umgestellt habe auf YouTube Premium Lite. Premium Lite bedeutet, ihr könnt YouTube werbefrei schauen ohne YouTube Musik. Also, da gibt es YouTube Premium, da ist dann YouTube Music dabei. Kann man das Handy auch ausschalten, kostet dann 12,99 im Monat. Finde ich schon ganz schön teuer. Und ab und zu gibt es mal Sonderangebote oder ihr müsst dann mal ein bisschen googeln und dann versuchen über verschiedene Devices, also entweder über ein Handy, über ein Tablet oder über ein PC oder über ein Mac, mal einen Preis rauszufinden. Und ich habe YouTube Premium Lite abonniert für 6,99 im Monat. Und da habe ich überhaupt keine Werbung mehr. Ganz selten kommt mal Werbung von irgendwelchen externen Links, wo ich draufklicke. Aber ansonsten bin ich das los. Und ich weiß, was ihr da macht. Ich versuche auch oft in den Mid-Rolls, also zwischen den einzelnen Beiträgen, also im Film, die Unterbrechungen rauszunehmen. YouTube schmeißt da manchmal alle 5 Minuten eine Werbeunterbrechung rein und die nehme ich dann raus und sage, mindestens 10 Minuten, Viertelstunde solltet ihr immer durchschauen können. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Und es ist schön, für die Mühen belohnt zu werden, auch natürlich finanziell, aber auch durch den Zuspruch, durch die vielen Klicks und auch durch die vielen in der Regel immer konstruktiven und guten Kommentare. Dankeschön. So, jetzt starte ich dieses, wie soll ich es nennen, Fazit, Rückblick, Messevideo mal mit was Schönem, was Interessantem. Ilomops kennt ihr? Die habe ich anfangs ein bisschen belächelt. Das wissen sie, das wisst ihr. Das haben wir längst ausgeräumt, aber was sie da jetzt durchgezogen haben, die sind jetzt seit, das müsste jetzt über zwei Jahre sein, mit einem Wohnmobil auf dem Weg durch Europa. Mittlerweile auch mit zwei Kindern unterwegs, ist noch Nachwuchs gekommen, die haben den Wagen gewechselt, haben jetzt einen Alkofen und ich muss ehrlich sagen, Hut ab, wie ihr das macht. Also wenn ihr das jetzt anschaut, ich könnte es nicht. Also nicht so, auch nicht in der Form wahrscheinlich. Finde ich schon klasse und es ist ja nicht nur immer Happy Life, Happy Wife, sondern man hat ja auch dazwischen nochmal ein paar Sachen, die einem echt auf die Nerven gehen. Schaffen auch andere, aber ihr macht das gut, ihr habt eure Wohnung verkauft und ich möchte euch ein bisschen Rückenwind geben, denn ihr habt was anzupreisen. Also Ilomops haben was anzupreisen, was auch ein bisschen Geld in ihre Kasse spült und das können sie auch gebrauchen und das verstehe ich auch, denn von irgendwas musst ihr erleben, denn zwei Jahre oder Loch länger, ja das geht ja auch nicht. Immer einfach so mit einer leeren Brieftasche und dabei bin ich gerne behilflich und jetzt geht's los, die haben nämlich was zum Trinken. Let's fetz! Hallo 14, da steht Aquion, das ist der Wasseraufbereiter, kennt ihr noch aus dem letzten Jahr und ich wollte mal bei Ilomops vorbeischauen. Wir verstehen uns privat auch ganz gut und Ilomops habe ich auch getroffen und dann hat mir Mops was in die Hand gedrückt. Möchte mal was probieren, das war Camperbrause und ich muss sagen, hat mich überzeugt und das ist was, jetzt haben wir die beiden, da sind wir sogar alle drei hier, aber zu Marianne kommen wir gleich noch und ich komme einmal jetzt zu Ilomops. Stell dich mal ein bisschen rüber. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, guten Morgen, liebe Zuschauer von Frankia und zwar ist das eine Camperbrause von Camper für Camper. Es ist ein leckeres Getränk, was da drin ist, kommen wir gleich noch genauer zu. Mensch, wir sind ja eigentlich so gesundheitsbewusst, aber wir brauchen mal was, wie sagst du? Für die Zuschauer was Dreckiges, was Schmutziges brauchen wir, sag ich mal, gerade nach Feierabend. Jetzt probieren wir natürlich schon morgens, wir sind auf der Messe, wir müssen ja nicht mehr fahren so gut wie oder eigentlich kann ich es auch tatsächlich nur trinken. Das heißt, Mops vertraut mir komplett in der Geschmacksfindung, du selber stillst noch, deswegen hast du es noch nie getrunken. Deswegen, das ist ein alkoholisches Getränk, deswegen lasse ich noch die Finger davon. Das war mein Spruch, ist geile Sause mit der Camperbrause. Wir beobachten es ja immer wieder, die Leute sitzen vom Camper, die trinken dann da was, die sitzen zu Hause und deswegen dachten wir uns, Mensch, es muss doch mal für Camper das passende Getränk geben. Ja, und für mich war das wirklich, ohne jetzt hier Fishing vor komplett sonst was, ich habe das in die Hand genommen und gesagt, das ist geil, das könnte ich mir beim Sundowner vorstellen, das ist ein Mischgetränk. Und jetzt, ich zeige euch mal, wie schön das auch in der Sonne aussieht, das ist total klasse. Und jetzt kommen wir mal eben, nehmen wir den Marian mit ins Bild. Marian, du bist, hast du mir gerade vor, oder bist mir vorgestellt worden als der Erfinder? Ja, also wir sind eine alte Weinbaufamilie aus dem Rheingau. Wo genau? Aus dem Rheingau? Aus Erbach, Eltville, eine der bekanntesten Gegenden dort. Ja. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, zusammen... Warte, warte. Die Durchsage ist vorbei und die Durchsage hat uns unterbrochen. Wir haben genau 10 Uhr und gleich stürmen wir die Massen. Marian, du warst gerade stehen geblieben, du kommst aus Eltville, haben wir gesagt. Man sagt tatsächlich Eltville. Genau. Und ihr seid eine alte Brauerei, hätte ich fast gesagt, eine Kellererei. Wir sind eine alte Winzerfamilie. Also es hat schon bei meinem Uropa angefangen und ja, jetzt haben wir uns dazu entschlossen, dann was Neues mal zu machen, nicht nur Wein, sondern auch mal einen Weincocktail. Ja. In Gemisch. Ja. Das wurde verfeinert mit Limette und Maracuja. Ja. Damit ihr auch was Spritziges haben für die Camper. Gut. Damit es auch jeder trinken kann. Ja. Ja. Was ist drin auch drin? Was für ein Wein ist drin? Also das Wichtigste ist, dass wir einen schönen Rheingauer Riesling drin haben. Sehr gut. Das haben wir mit Wasser versetzt und mit Maracuja-Limetten-Aroma. Aha. Und dazu wurde Kohlensäure dazu gegeben. Aha. Ich bin gelernter Winzer und mache jetzt mein Studium als Getränketechnologie. Bei uns ist es halt schön, dadurch, dass wir zu zweit sind, ein kleines Weingut haben, können wir halt viel ausprobieren. So. Und deswegen haben wir bestimmte Gärverfahren auch und alles. Das macht den Wein auch ganz besonders. Aber ich finde die Mischung echt gut. Und jetzt nochmal zu euch. Ihr wollt das Ding auch ein bisschen anschieben, ne? Und ein bisschen vermarkten? Ja. Ja, ganz interessant. Wir sind jetzt, vor einer Woche sind wir in den ersten Edeka, Mitte zentral in Borken ist das, in den ersten Edeka sind wir eingezogen. Bei Hessen? Bei Hessen, genau. Also der Edeka-Alter müsste einfach mal in Borken vorbeifahren. Ja, da kann man tatsächlich jetzt die Camperbrause kaufen und man kann sie natürlich auch online nutzen. Bei ML Concept in Gelsenkirchen ist sie auch erhältlich für diejenigen, die vielleicht da sind. Ich kenne meine Zuschauer auch, war ich ja auch, ja. Und man kann es natürlich auch online holen unter www.camperbrause.de beziehungsweise hier diesen QR-Code. Warte mal, stillhalten, Pausenbild abscannen, jawohl, okay. Darüber kann man das auch holen. Und der Fangbild einfach mal für diejenigen, die natürlich Interesse daran haben, das in der Videobeschreibung, den Link anliegen. Da könnt ihr die natürlich aufholen. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, wenn ihr es getrunken habt. Genau, wir müssen auch eins sagen, die Camperbrause, das ist jetzt eine limitierte Ill- und Mops-Version. Edition. Das alles heißt, das war jetzt ein Start-up, wo wir gesagt haben, okay, wir unterstützen jetzt die Camperbrause, das heißt, in Zukunft wird einfach Camperbrause draufstehen. Aber wir finden sie halt wirklich genial. Oder ich kann es halt sagen, weil ich sie halt trinken kann. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen unterstützt oder die junge Familie unterstützt. Auf jeden Fall. Ja, wir finden es eine coole Sache. Und danke dafür. Danke auch. So, und wir stoßen noch mal an, weil das schmeckt echt Prost. Und ich habe mir schon zwei, drei Flaschen gesichert. Die habt ihr mir zugesagt. Also ich finde das echt klasse. Jetzt muss ich noch einen Schluck nehmen und dann mache ich auf Pause. Prost. Leicht süßlich, aber trocken. Also richtig, ich finde es total eine runde Sache. Und das mache ich nicht, weil ihr da steht. Ich war echt begeistert. Es ist noch vor, es ist gerade 10 Uhr und wir kriegen schon das. Ah ja, komm, das ist ja wirklich. Die Flasche muss jetzt weggemacht werden. Okay, dann machen wir jetzt Cut und tschüss. Tschüss. Und lustig, oder? Also es ist wirklich keine Werbung, die ich nicht unterstützen würde. Ich habe das probiert und habe gesagt, oh, das ist gut. Und wisst ihr was? Ich habe vergessen, zwei Flaschen mitzunehmen. Haben wir davon geredet. Ich habe es nicht mehr auf die Messe geschafft. Ich glaube, bei meinem nächsten Besuch in Gelsenkirchen muss ich mal in Bochum vorbeikommen, wenn ihr da seid. Also, oder vielleicht kaufe ich einfach ein Sechserpack. Egal. Also das Zeug war echt gut. Und ihr könnt die beiden unterstützen, wenn ihr über den QR-Code und über den Link, den ich euch unten auch noch reinschreibe, ein Flaschen bestellt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich dachte ja mal, alle Medien zu kennen. Also Podcasts, Insta, Facebook, natürlich YouTube. Die verschiedenen Zeitungen, die so existieren. Aber Radio, Camper-Radio? Bis ich dann mal irgendwann auf Caravan FM gestoßen bin. Habe ich bisher selten reingehört. Ich habe das als App installiert. Und ich habe in unserer Reihe auf dem P1 jemanden ertappt. Schaut mal. Happy Camping und oder so. Kennt ihr den Kanal? Bisschen durchgeknallt. Genauso wie diese Innenausstattung. Schaut euch das mal an. Was ist das hier für eine Lounge mit einem riesen Fenster und so gemütlich eingerichtet. Hier im Schatten. Ich glaube, nach dem Dreh werde ich mich da hinlegen und mich bedienen lassen. In diesem nicht mehr ganz jüngeren Modell. Das ist hier unser kürzester in unserer Truppe auf dem P1. Kurz vor dem Caravan Salon. Also den kannst du auch zu zweit auf die Seite schieben. Aber auch wenn der Wagen ein bisschen älter ist, unsere Jüngste ist hier die Melli. Hi. Melli, Happy Camping und oder so. Ein Kanal, Facebook-Gruppe, Instagram. Ihr seid omnipräsent. Genau. Aber du hast jetzt was anderes angefangen. Ja, tatsächlich bin ich seit diesem Jahr Teil von Caravan FM, dem ersten Radiosender für uns Camper. Geil. Weltweit der erste Radiosender. Wahnsinn, oder? Echt? Noch nie jemand auf die Dreh. Nein. Ist ja krass. Und du machst jetzt hier dann, du sendest hier aus dem Wagen. Aus dem Buhnwagen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe ab nächste Woche Freitag habe ich meine erste Sendung nachmittags 14 bis 18 Uhr. 6.9.14 bis 18 Uhr. Genau. Da hatten wir uns. Genau. Und ab da dann immer freitags nachmittags. Und ja, meine Premiere quasi ist dann hier. Also Premiere hatte ich jetzt schon. Ich bin gestern eingesprungen. Aha. Aber das ist dann halt meine Show. Und oh, ich bin so gespannt. Das ist glaube ich. Das ist ja Primetime für Camper, oder? Ich fahre am Wochenende los. Finde ich auch. Ja, natürlich. Und das gibt man mir. Ja. Du bist ja schon eine durchgeknallte Nudel hier und du passt gut in unsere Klickereien und das wird bestimmt sehr lustig. Da hören wir zu. Da freuen wir uns. Ein Jingle? Haben wir was? Ja, na klar. Sowas gibt es natürlich. Bar, Kaffee. Sehr gut. Danke. Alles Gute. Mach's gut. Viel Spaß noch. Ciao. Heute ist Freitag. Heute bin ich mit dem Bumobil unterwegs und heute höre ich mir das mal an. Der Rückblick. Ja, ich bin angekommen am Dienstag vor der Messe in der Nacht. Um, ich glaube, ein oder zwei Uhr war ich da. Hab mich hingelegt. Und um fünf nach sechs ist der erste Flieger gestartet. Auch dieses Jahr wieder viel, viel Fluglärm beziehungsweise ein paar Tage war sogar tatsächlich Startrichtung Ost. Das bedeutet, nur die Anflüge kommen bei uns rüber. Aber wenn du um sechs Uhr in der Pfanne liegst und willst eigentlich noch ein bisschen schlafen, dann macht der dich auch wach, der Flieger. Und das ist echt anstrengend auf die Dauer. Immer noch Hut ab auf die Leute in Lohhausen. Die haben wahrscheinlich schon Hornhaut auf ihren Trommelfällen, dass sie das eigentlich gar nicht mehr so richtig hören. Das nächste, dieses Jahr, also in diesem Jahr ist die Parkplatzsituation da vorne und das Mediengeschäft endlich über eine richtig gute Werbeagentur organisiert worden. Das hat die Düsseldorfer Messe vergeben an die Werbeagentur Prachtstern. Herzliche Grüße an die Mädels, wenn ihr das seht. Die sitzen, glaube ich, in Münster. Und die haben das wirklich toll gemacht. Die haben sich gekümmert. E-Mails wurden immer subido beantwortet. Die Anreise, also aus meiner Perspektive, es hat, glaube ich, auch ein paar negative Erfahrungen gegeben, aber aus meiner Perspektive hat alles geklappt. Ich bin hingekommen. Ich hatte sofort meinen Zettel, dass ich auf den versorgten P1 mich stellen konnte. Und alles klasse. Die haben eine kurze Feedbackrunde gemacht. Nein, mehrere kurze Feedbackrunden im Pressecenter. Konnte man sich mit den Mädels austauschen. Und sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Also das war wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das nächstes Jahr wieder macht. Und dass ihr die Sachen ein bisschen mitnehmt, die wir euch dieses Jahr mit anheim gegeben haben. Und dann wäre das echt eine geile Sache. Stichwort Catering. Habe ich jetzt kaum mitbekommen, weil ich war drüben auf der Messe wirklich kaum zum Essen. Und wenn, dann war ich mal im Pressecenter. Da kriegen die Pressevertreter. Und ja, auch die Blogger und Vlogger und sonstigen. Also jeder, der einen Presseausweis hat, eine Presseakkreditierung, der bekommt dort relativ günstiges Essen. Das ist ganz gut. Und es geht auch relativ schnell. Aber ich habe es so mitbekommen. Wir haben einen Tag vor der Eröffnung dort, glaube ich, einer hat Pizza gegessen, der andere hatte Currywurst. Und da war ein Stand. Da hat einer, also das war eine Kasse. Und da konntest du bezahlen. Und dann bist du nach links gegangen für eine Pizza und nach rechts für einen Burger. Irgendwie so ähnlich. Fand ich ganz gut. Ich habe allerdings auch ziemlich viele Schlangen gesehen, die mittags schon wieder anstanden. Also ich glaube, das kriegt man immer noch nicht so richtig auf die Kette. Das ist ein bisschen schade. Aber was ich nicht gut finde, und ich habe das in meinem Video vor zwei oder drei Jahren schon kritisiert, da hat eine Cola 4,50 gekostet. Und auch ein Wasser 4,50. Dieses Jahr 4,90. Also Leute, für den dreifachen Preis kriegst du in der Mars auf dem Oktoberfest. Das kann es nicht sein. Ich habe da einen Tipp für euch. An diesem Kreisel, den ich gerade ansprach, das ist so ein Kreisverkehr in der Mitte. Da gibt es einen kleinen Supermarkt. Der ist in dem Gebäude untergebracht, wo auch die Messeleitung drin ist. Das ist so ein alter brauner Kasten, Glas, Metall. Unten drin ist ein kleiner Supermarkt. Und da kostet das Wasser dann nur moderate, ich glaube, drei Euro waren es. Die haben auch Süßigkeiten, da gibt es Zigaretten, da gibt es, glaube ich, auch sogar ein paar Snacks. Also wenn, dann geht mal dahin. Und die freuen sich auch über Zulauf. Prachtstern hat übrigens auch ein Event, ein Get-Together organisiert. Das ist wieder schon wieder viel Englisch, aber ist halt so, sagt man halt heute so. Das ist nämlich für die Inhaltsersteller. Inhaltsersteller, also Content Creator. Für die YouTuber, für die Blogger, für die Vlogger, für die Instagramer, für die Podcaster. Die waren da eingeladen. Waren wohl nicht alle eingeladen. Kommt immer darauf an, ob man auch seine E-Mails liest. Ich hatte zumindest eine Einladung. Wenn du kommst, sag bitte zu. Ich habe zugesagt. Das war eine schöne Sache. Das war vorne am P1, neben dem Caravan Center. Da steht ja so ein Zelt mit ein paar Food Trucks und ein paar Getränkelständen. Wir sind verköstigt worden und das auf eine tolle Art und Weise. Das hat uns echt gefreut. Es war ein richtig schöner Abend. Trotzdem haben sich teilweise einige von uns ein bisschen unangenehm gefühlt, weil es war ja nicht irgendwie jetzt abgetrennt. Wir wollten ja auch nicht abgetrennt, wie so in so einem Zoo wirken, sondern, naja, schon mischen. Trotzdem standen wir alle zusammen und man hat schon gesehen, einige von euch oder von Leuten, die uns kennen, die andere YouTuber kennen, so viele kennen mich jetzt auch nicht, die haben dann sich kaum getraut, uns anzusprechen. Es hat sich erst später so ein bisschen vermischt. Das fand ich ganz gut. Da waren extra gedeckte Tische. Vielleicht sollten wir da auch nochmal drüber nachdenken, aber ich fand das Konzept klasse und nicht irgendwo in der Halle abseits, sondern das war da draußen richtig schön. Wir hatten natürlich Bombenwetter. Das war ja überhaupt eine richtig schöne Wettersache bei dieser Messe. und klasse. Also gerne nächstes Jahr wieder. Ja, ein Feedback zur Messe selber. Die war, wie sagt der Arndt Zeigler bei Wunderbare Welt des Fußballs, immer pickepacke voll. Über 750 Aussteller, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Trotzdem hat sich der Besucherandrang, glaube ich, ganz gut verlaufen. Auch die Starterwelt war ja diesmal im Freigelände. Die haben Glück gehabt mit dem Wetter. Eine ganze Halle siebenmal ausgefüllt mit was anderem. Viele kleine Neuheiten, finde ich. Also jetzt nicht so die riesen Mega-Neuheiten-Kracher. Viele Neuheiten im Detail. Ich hatte so eine Liste von Fahrzeugen, die ich abgefilmt habe für euch. Das seht ihr ja in den Rundgängen. Aber es gab auch echt viel Schmuh. Und bevor ich das jetzt hier auswalze, da gibt es noch ein eigenes Video. Und in diesem Video hat sich auch bei Carthago was aufgeklärt, was ich auf der CMT gesehen habe. Das war da wieder, dass man eine Küchenklappe kaum aufbekam. Diesmal habe ich die Erklärung gefunden. Da hat sich ein Standmitarbeiter Zeit genommen. Der wusste Bescheid. In Stuttgart wusste man das noch nicht. Trotzdem habe ich bei Carthago wieder Sachen entdeckt, wo ich sage, boah, nee, das geht nicht hoch. Ja, dann auf der Messe der Allrad-Trend, Allrad-Look-Trend. Da hatte ich ein eigenes Video gemacht. Boah, guck mal, ein Allrad-Sprinter. Boah, guck mal, ein Sprinter. Aber kein Allrad, aber im Allrad-Look. Boah, guck mal, ein Allrad-Sprinter. Geil. Boah, guck mal, ein Allrad-Sprinter. Um noch mal hier kurz klarzustellen, ich bin eher so der Understatement-Typ. Ich weiß nicht, ich muss nicht mehr einen auf Show machen. Lieber weiß ich, was ich habe, bevor ich zeige, was ich habe. Und ich mag nicht so einen auf dicke Hose machen. Mich haben schon früher diese Riesenspoiler und breite Schluffen auf dem 75 PS Polo angekotzt. Ja, zu den Preisen. Also so richtig bröckeln die nicht. Das ist ja auch irgendwie, der Jürgen hat es schon mal angekündigt von Womoblog. Man wird wahrscheinlich keinen großen Preisrutsch bei den Neupreisen sehen. Die sieht man auch wirklich nicht. Immerhin steigen sie nicht jetzt groß. Übrigens habe ich euch hier oben ein Video verlinkt. Da packt ein Händler aus, der sagt auch, die Preise, die sinken im Moment nicht. Zumindest die offiziellen Preise. Aber die Rabatte flattern wieder. Schaut mal hier, was ich euch zusammengestellt habe. Das gibt es echt nicht. Der Vogel schießt übrigens Wennix ab mit 90.000 Euro Reduzierung, wenn du die Vollausstattung für ursprünglich 890.000 Euro bestellst. Wohlgemerkt für einen Kastenwagen, bitte. Das Video habe ich auf der CMT gedreht. Das könnt ihr in der Playlist CMT sehen oder ich verlinke es euch hier oben, wenn ich daran denke. Also Rabatte, Rabatte, Rabatte überall. Und die Händler kämpfen. Also der Markt ist wirklich im Umbruch. Es ist ein Käufermarkt geworden. Wenn ihr jetzt kaufen wollt, habt ihr gute Karten. Entweder in dem Winter, in der richtig flauen Zeit, vielleicht im ganz frühen Frühjahr. Wir haben das auch im Podcast Camperstyle thematisiert. Da war ich eingeladen, zusammen mit dem Jürgen von Womoblog, mit dem Björn von, weiß ich gar nicht mehr, fährt Wohnwagen, und Nele und Sebastian. Wir haben darüber ein bisschen diskutiert, über den Rückblick zur Messe. Schaut mal rein. Camperstyle verschreibe ich euch hier unten in die Bauchbinde und unten im Videotext steht auch die Adresse. Aber apropos Preise. Gute Preise gab es fürs Eis, vorne beim Eismann am P1. Schaut mal. Kleine Sensation, das ist natürlich immer der Eiswagen hier. Am P1. Da, wo die Busse stehen, da stehen Gäste. Und da steht auch die Busfahrerin. Ist gut, ne? Den muss man kennen hier. Den muss man mögen. Gute Empfehlung. Und bei Stellantis ganz umsonst. Schaut nochmal. Gegenüber von MAN stehen die Stellantis-Fahrzeuge. Ja, die Fronten kennt ihr ja schon. Aber was mich hier gerade angezogen hat, ist, darf ich dich mit aufnehmen, ist die Sophia. Und die Sophia verkauft hier in bester italienischer Manier Gelato. Dann nehme ich doch mal Strawberry und Schokolade, bitte. Ach, das lohnt sich. Und heute ist wieder so ein heißer, schwüler Tag. Die Hallen sind gut gekühlt, aber draußen willst du es nicht wirklich aushalten. Das ist eine willkommene Abwechslung. Heute soll es auch nochmal ordentlich krachen. Ein bisschen Sommer auch in der Halle. Sehr schön. Sehr freundlich. Und dann wünsche ich dir jetzt gleich noch mehr Arbeit als bis gerade. Danke, das kommt von alleine. Wunderbar. Schönen Tag. Ciao, danke. Yummy, yummy. Dann gehen wir mal. Ja, mit dem Messe-Fazit bin ich jetzt fast durch, aber es kommt jetzt noch, ah, kommt noch was. Kommt noch was Persönliches. Vorher gehen aber noch ein paar Grüße raus an die Bürstner Lyseo-Freunde-Gruppe bei Facebook. Eine ganz kleine Gruppe mit maximal 250 Leuten. Da war ich eine Zeit lang. Ich bin dann da jetzt raus, weil ich mich da nicht so engagiert habe, wie ich eigentlich wollte. Gab ein bisschen, ach, egal. Ganz besonderer Gruß an Nadja, Andreas, Rasmus, Ralf. Die habe ich auf der Messe getroffen. Und dann natürlich auch an Kurt. Du schaust doch zu, oder? Ja, ist doch kein nett. Gell, Carsten? Jo. Grüße auch an die Gruppe Bürstner, Ixeo, Nexo und Lyseo. Das ist eine etwas größere Gruppe. Da erhält man auch immer gute Ratschläge vor, Ideen und Hilfe. Und an das Bürstner-Forum natürlich mit dem Ralf als Admin oder Chef. Ja, die unerschöpfliche Quelle des Womo-Wissens, wenn es um Bürstner und Ducat oder überhaupt um das Womo-Wil im Allgemeinen geht. Jetzt nehmt er mal bitte Haltung an vor dem Fernseher. Nein, das ist keine Amtsanmaßung. Diese Kappe vom Camper Tobi ist ein Abschiedsgeschenk vom Tobi. Denn der Herr Hindl, aka Camper Tobi, zieht sich zurück. Hört auf. Hört auf seinen Bauch und verlässt seine Wohnmobile, Deutschland, ja sogar Europa kehrt er den Rücken. Tobi schaut auf sich und ich erfasse die Ausmaße noch gar nicht so richtig. Also ich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen. Das wird jetzt eine persönliche Ansprache. Ihr dürft gerne mithören. Wer das nicht will, unten sind die Sprungmarken und dann geht ihr einfach weiter. Tobi, du hast im Bereich Wohnmobile und YouTuber alles losgetreten. Alle haben dich imitiert. Auch der, der am Anfang Saarland Fernsehen hieß, der sich dann aufgeschwungen hat zu German Television, der hat erst ein Jahr später, nachdem du 2016, glaube ich, mit dem ersten Video auf den Markt gekommen bist, in Grand California gefilmt. Das war noch der Prototyp. Davor hat er nur Brillen, Räder oder sonstiges Gedöns mit dreistelligen Klickzahlen gefilmt. Könnt ihr euch mal die Historie anschauen. Wir haben dich alle imitiert, Tobi. Wir haben uns dann aber zum Teil auch anders aufgestellt, aber ohne deine Idee, behaupte ich jetzt einfach, gäbe es uns alle in dieser Form nicht, hätten wir nicht diese Einnahmen und hätte auch und hätte auch YouTube diese Marktmacht nicht. Wir sind ja Influencer geworden, ohne es zu wollen. Ich berichte von meinen Erfahrungen und Leute schreiben, danke für den Tipp, ich mache das jetzt auch so. Und das wissen wir und auch mittlerweile weiß es die Branche und die Firmen kommen auf uns zu. Das ist schon wirklich krass. Tobi, das erste Mal habe ich dich auf der Free gesehen. Die Free, das ist die Messe in München, immer so im Februar, das muss 2017 gewesen sein. Da stand einer, der hat sein Handy auf einem Gimbal gehabt, die Womos gefilmt und dazu was erzählt. Der stand wirklich da und dann dachte ich so, hä, den Kerl kenne ich doch. Habe ich schon mal was von gesehen? Aber skurril, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das schon. Und auch viele Leute auf dem Video schauen so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen, wenn es blitzt, als sie dich da mit der Kamera haben, Filmen sehen und redest in die Kamera mit irgendjemandem, den man nicht sieht. War schon echt cool. Ja und diesem Jahr 2017 bin ich dann für ein Mietfahrzeug vom Freistaat rüber zu Steiner in Sulzemos und da stand er dann, der lange Tobi mit dem kleinen Fridolin und wir waren uns natürlich sofort sympathisch, weil wir sind gleich alt und gleich groß. Ich habe dir dann angeboten, Womos von innen zu fotografieren. Wir haben lange geratscht. Lisa und ich haben uns ein EUR675SB angeschaut und gebucht für den nächsten Urlaub und du hast damals in der Mail geschrieben, dass das zu 99% klappt. In den Bedingungen stand aber drin EUR675SB oder vergleichbares Modell und das sollte dann auch kommen. Also kein EUR, sondern vergleichbares Modell und du hast dich bei der Vermietergesellschaft aber vehement für den EUR eingesetzt. Am Ende haben wir auch den EUR bekommen und das war eine echte Show. Wir sind zu zweit mit einem Pkw nach Sulzemos, wollten das Womo abholen, kommen auf den Hof von Steiner und dann steht da ein Wohnmobil, Tür geöffnet, ich glaube, sie lief sogar Musik, war schönes Wetter, leicht geöffnete Markise, übrigens ein Erkennungszeichen für dich, Stehtisch davor, Blumenpott drauf, irgendwie Flasche Sekt oder irgendwas zu trinken. Dachte ich, oh, guck mal, sage ich zu Lisa, da bekommt jemand dein gekauftes Womo übergeben. Das war unser Auto, was wir gemietet haben. Unglaublich. So begann es zwischen uns. Ich bin dir dann auf deinem Weg über Landshut und dann in der Sache mit dem Schaufenster gefolgt. Wir haben immer Kontakt gehalten, wir haben uns auf der Free verabredet, in deinem Tournee gefrühstückt, dann noch rüber auf die Messe, gemeinsam vor Messe Beginn noch ein Video gedreht bei Bresla. Das ist echt lustig und ich hatte da mit YouTube natürlich überhaupt noch nichts am Hut. Als wir uns dann Mitte 2020 nach zehnmal Mieten für ein eigenes Mobil entschieden haben, habe ich dich kurz angerufen. Du wolltest mir bei der Suche helfen und ich wurde dann aber sehr schnell selber fündig und da ging sie dann los. Meine Karriere bei YouTube und die Intensivierung unserer Freundschaft. Wir haben in tiefsten Corona-Zeiten, ich weiß gar nicht, nee, Lockdown war es nicht, aber es waren auf jeden Fall ordentliche Beschränkungen, haben wir in meinem Bürstner gehockt und in Dinkelspül die Burger vom Bürgermeister gefuttert, lange geredet und vielleicht ein, zwei, drei kleine Bierchen zu viel verputzt. Das waren schöne Zeiten. Ja, an dir habe ich mich beim Film und beim Start von YouTube stark orientiert, mich dann irgendwann abgelöst und bin den eigenen Weg gegangen und dann waren wir irgendwann mal zusammen das erste Mal auf einer Messe. Dir verdanke ich auch den Blick hinter die Kulissen in Düsseldorf und in Stuttgart lange lustige Abende, gemeinsame Ausfahrten auch mit Mika aus Dinkelspül und du hast mich immer nett vorgestellt und angekündigt. Danke. Und jetzt hörst du auf. Was für ein Jamaan. Und doch freut es mich, weil ich weiß, was du vorhast und wie lange du das hintangestellt hast. Ich verliere den persönlichen Kontakt zu einem Freund, aber in Kontakt bleiben wir sicher. Dein Kanal ist dann hoffentlich in guten Händen. Müssen wir auch noch auskarteln, wer das in Düsseldorf ab dem nächsten Jahr übernimmt, hier mit der Platzreservierung und Platzreihe und mit dem Ach überhaupt. Ja und bitte kommt mir jetzt keiner, Rentner haben noch Zeit, mach du doch. Mal schauen. Danke für alles, Tobi und eine gute Reise. Ja, ich hoffe, ihr seid noch dran. Das war's für dieses Video. Es folgen noch ein paar Highlights, Lowlights der Messe bezüglich Marketing und Qualität. Einiges aus dem Zubehör, eine Roomtour von dem Weltreisemobil Greenlander, wirklich klasse. Aber das wird einen zeitlichen Abstand zur Messe haben und ist aber nicht minder interessant. Bis dahin, da empfehle ich dir mal dieses Video mit einem genialen Scooter und einer noch tolleren Radlschutzhülle, auf deren Test ich noch warte und hier unten ist die Playlist vom Caravansalon Düsseldorf. Ja und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Ciao, Servus, der Frank.